Hey Leute, willkommen zu einem neuen Fortnite-Video. Ab heute gibt es die Rending Machines bzw. Waffenmaschinen oder Automaten, sagen wir mal so. Dort könnt ihr dann Items kaufen, je nach Farbe, die dort verfügbar sind. So wie hier seht ihr, das sind Automaten bei Lonely Lodge. Dort gibt es die Pumpgun oder Sprungfläche bzw. ein Drink für jeweils Metall, Holz, Stein. Nein, ich werde jetzt Holz sammeln, weil es schneller geht. So, wenn ihr das habt, wartet einfach, bis ihr euer Item bekommt, was ihr kaufen wollt. Nachdem ihr das gekauft habt, könnt ihr es benutzen. Ach ja, und die Automaten sind nicht zerstörbar. Ist das nicht geil? So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wie denkt ihr über die neuen Maschinen? Darüber nach sind die gut oder schlecht? Und ich würde mich natürlich riesig freuen über einen Daumen nach oben. Bis dann. Ciao, ciao.